Was ist die UNO? Auch gemeint als United Nations Organization. Ein Zusammenschluss aus 193 Staaten. Was ist mit der UNO gemeint? Organisation, die sich gebildet hat, um etwas gegen die Probleme auf der Erde zu tun. Was ist das wichtigste Ziel der UN? Weltweiter Frieden und Sicherheit? Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten? Förderung der Menschenrechte durch Zusammenarbeit und Umweltschutz. Wann wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet? Am 10. Dezember 1948, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo über 60 Millionen Menschen starben, wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet, da man nicht wollte, dass sich so etwas wiederholt. Artikel 1 Alle Menschen sind frei, haben die gleichen Rechte und sind gleich an Würde. Alle Menschen haben Vernunft und ein Gewissen und sollen deshalb ihre Mitmenschen gut behandeln und deren Würde nicht verletzen. Menschen sind immobilität, die Menschenrechte angeht, wie die Menschenrechte gut fahren, für ihre Wirklichkeit, die Menschenrechte und die Menschenrechte miteinander herstellen. Untertitelung der Weltkriegs, erkennt man, in der Weltkriegs, weil sie sich so etwas wiederholt. Verletz, wie die Menschenrechte bekommen, sie sagen, dass sie sich so etwas verkündet. Die Menschenrechte, die Menschenrechteakbundig sind.